Willkommen im Landgasthof Vogtleider. Unser wunderschöner Biergarten legt zum Verweilen ein. Bei uns ist das alte Motto noch Programm. Hier läuft das Essen nicht vom Band, wir kochen noch mit Herz und Hand. Unsere Zimmer bieten rustikale Gemütlichkeit im Herzen von Sachsen. Seit 2023 sind wir offizielle Gästelieblinge. Und dies nicht nur wegen unserer Familienfreundlichkeit. Mit uns kam man Feiern. Und das in allen Lebenslagen. Landgasthof Vogtleider. Tradition seit 1725. Moin. 12 20 20 Untertitelung des ZDF, 2020